Musik Mit 46 Millionen Einwohnern ist Kolumbien der bevölkerungsreichste Stadt Südamerikas direkt nach Brasilien. Musik Da der Äquatio durch Kolumbien läuft, liegt das Land in der tropischen Klimazone. Musik Von einem Straßennetz von 113.000 Kilometern sind nur 26.000 Kilometer asfaltiert. Das heißt, das ist eine der schlechtesten Verkehrsinfrastrukturen von Südamerika. Straßen im Altstadtkern von Bogota sind zur Fußgängerzone erklärt worden, was die Stadt nochmals aufwertet. Musik Zwischen den Dörfern und den Städten ist die gängigste Verkehrsart der Überlandbus. Musik In Kohle ist die Sonnenkraft von Millionen Jahren gespeichert. Durch Verbrennung wird diese Energie freigesetzt. Dabei geraten ziemlich viel Kohlenstoffdioxid und Schwermetalle in die Atmosphäre. Das ist gefährlich für das Klima, die Gesundheit und die Umwelt. Mit ca. 7,4 Milliarden Tonnen Kohle hat Kolumbien eine der größten Kohlereserven Südamerikas. Die Produktion wurde ausgeweitet, jedoch wurden keine Umweltverträglichkeitstests durchgeführt. Musik Es bührte vor allem zu Grundwasser und Zollhörungen. Musik Kolumbien belegt bei der Kohleproduktion den 11. Platz, weil es weit, wobei es 90% exportiert wird. Musik Musik Ja, hier sind die Tradition zwischen Ecuador und Kolumbien, in Las Vajas, in Eiffel de Piales. Und wie man das sieht, ist hier noch kurz Feuer und es kommt vom Mond nicht da, denn man weiß es noch nicht. Da manche Menschen Flaschen liegen lassen in den Wäldern und dann fängt die Sonne an da hoch zu scheinen und dann beginnt Feuer. Wie man das sieht, ist hier alles viel aus Sprachstein gebaut. Und das ist dem Rogelio Salmone zu bedanken, der hier ganz viel Einfluss hatte und auch in Boguta. Denn in Kolumbien war es das günstigste Material, der Backstein, genau. Und Rogelio Salmone hat auch mit Corbusier in Frankreich zusammengearbeitet. Torrice del Parque ist eine Wohnanlage, die auf einem radialen Grundriss basiert, mit großzügigen öffentlichen Räumen. Der Ziegel wird von ihm als Hauptmaterial aus wirtschaftlichen, sozialen und ästhetischen Gründen verwendet. Der Ziegel wird von ihm als Hauptmaterial verwendet. Der Ziegel wird von ihm als Hauptmaterial verwendet. Die Sustenabilität für mich ist reduzieren unsere Föhrin. Okay. Hallo! Für mich ist die Sustenabilität, die Rezüge der Rezüge in den Umwelt. Nachhaltigkeit ist für mich wenn ich Klamotten mit guter Qualität kaufe und die länger halten. Hallo! Für mich ist die Sustenabilität, die Rezüge der Welt zu retten. Hallo! Mein Name ist Hubert. Ich habe eine Föhrin in Polen. So ich plantiere Bäume, um unsere Welt zu clearer und besser für generations nach uns. Sustenabilität für mich ist zu gehen oder zu fahren oder zu fahren, eher zu fahren. Sustenabilität für mich ist zu sein, dass die Welt wir leben. Ich denke auf das Wort Responsibility. Ich denke, als Architektur-Studium ist es meine Responsibility und meine Generation's Responsibility, zu kreieren Dinge, die den Welt benötigen. Und sie benutzen sustenbare Technologien oder Materialien. Und es ist unsere Responsibility, Menschen zu educieren, die nicht viel darüber wissen. Geil, Ruschi. Oh ne, nicht der im Ernst. So viel zu Nachhaltigkeit. Ja, überall nochmal Plastik drum herum. Hiermit möchte ich mich noch kurz bedanken bei euch, dass ich Klimareporterin sein durfte und euch immer von meinen Ländern berichten durfte. Genau, ich bin wieder angekommen in Deutschland. Das ist ein kleiner Temperaturschock von 34 Grad auf 8 Grad. Und genau, für meine weiteren Architekturprojekte werde ich natürlich jetzt nochmal ein genaueres Auge haben für die Nachhaltigkeit und versuchen, die Architektur somit zu verbessern. Danke und auf Wiedersehen. Danke. 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 Danke.